Und damit geht's weiter und ich weiß gar nicht was es, was soll denn das darstellen? Das sehen so aus wie Monster, wie von Destiny oder sowas. Ich, äh, was hat sich denn... Es muss so scharf wie eine Rasierklinge sein. Also benutzte ich tatsächlich eine Rasierklinge und zog vorsichtig die Haut ab. Der Suff half dabei, meine Hand ruhig zu halten. Oh, wären wir hier wahrscheinlich die... Ja, hier wären jetzt... Okay, also wären es wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5 logischerweise wahrscheinlich 5 Sachen sind, die wir noch... Alter, der hat die Haut abgezogen. Was hat der getan? Hat der die Haut von seiner Frau abgezogen? Ist nur... Ist nur eine Vermutung. Zwei Hackfleisch-Amigos. Finde ich gut. Prämierlich zum Lachen, ich, äh... Ein Fahrstuhl. Oh, klingt vielversprechend. Würde ich jetzt mal sagen, wir gehen mal da... Ganz spontan einfach mal in den Fahrstuhl, alter 31 Zuschauer. Ihr seid... 30 Zuschauer, ihr seid wahnsinnig. Ihr seid wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zu... Alter, was blinkt? Was blinkt denn hier so? Jetzt geht's aber gerade ab, ey. Jetzt lädt auch noch Gronkh grad ein Video hoch, ey. Das ist... Huh. Wo fahren wir denn hin? Was haben wir denn da? Äh, ich kann's kaum lesen. Run, off, stop. Warte mal. Geh nur in eine Richtung. Es wird wahrscheinlich nach unten gehen, ne? Oh, nein. Ist mal ein Wunder. Normalerweise bei Horrorspielen, Fahrstuhlen geht's immer nach unten. Ich bin sehr gespannt. Was da so auf... Da... Da lief gerade jemand. Da lief gerade jemand mit einem faltigen Rock. Ich hoffe nicht, es ist unser Alter. Der wir die Haut abgezogen haben. Ich... Alter. Gott sei Dank ist zu. Tourzüren vor allen Dingen. Wollte ich jetzt gerade sagen. Tourzüren sind gut. Wo? Alter, die ist Spiel. 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 Da will jemand, dass wir da hingehen. Da steht jemand. Warte mal. Da... Da steht doch jemand, oder? Alter, die ist Spiel. Ach, das ist ein Bild. Alter, ist das fies. Was ist das denn für ein Raum? Ich will an dich rein. Ich will an dich reingehen. Da liegt ein Schlüssel. Die Tür geht doch zu, oder? Ich mach erstmal den Schrank. Ah, guck mal einer an. Sehr geehrte Herren. Während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihre Frau, so wie Ihnen selbst, nichts als Sympathie entgegenbringen, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu Ihrer Sache kategorisch ablehnen. Eine Hauttransplantation ist eine extreme, heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko mit Scheitern zugrunde legt. Dieses vorweggenommen kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich von St. Anne Krankenhaus, gibt es übrigens bei uns auch ein St. Anne Krankenhaus, finde ich sehr geil gerade, alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichen positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung der Ausmaße der Verletzung Ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten dürfen. Selbstverständlich haben wir Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Einschätzung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meinen werten Kollegen und mich in Situationen Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr so wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großen Anspannungen leiden. Weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiteren Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird ein Assistenz Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne Ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch die anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie die besten Wünsche für Ihre Frau und Sie. Dr. Matt William H. Green Also hat er Sie ins Krankenhaus geschickt wegen Hauttransplantation? Also war er das doch dann, oder? Alter, was hat der getan? Was hat der getan, bitte? Dieser Raum hat sich gerade... Halt die Schnauze, Klavier! Ähm, Entschuldigung. Warum hast du zuhörst? Der Tone war perfekt. Hör, bitte, nur ein bisschen länger. Zumindest bis ich diese eine Teil zu schildern. Oh, nicht mich schuldigen. Okay. Was auch so verzweifelt, hast du den Bildschirm zu verstecken? Nee, ich bin nebenbei am Handy, weil es ein wichtiges Spiel ist. Sieht ein bisschen aus wie... Hier unten sieht es noch ein bisschen aus wie Schambehaarung, aber... Ja, ich mach wieder komische Witze, ich weiß. Ich, äh... Alter. Wir wissen auf jeden Fall, wir sind am humpeln, wir haben eine... Oh. Der Fahrschuh funktionierte vorhin doch noch, oder? Kann es sein, dass wir vielleicht in Erinnerung schweben? So ein bisschen? Huch. So viele Türen, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich muss sagen, die Türindustrie lief hier ganz besonders früher, ne? Kann das sein? Das ist... Zu dem Zeitpunkt vor... Ich höre ein Feuer. Das ist wahrscheinlich... Das Lagerfeuerlied. Yeah, das Lagerfeuer li... 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 Ich, äh... Okay, da komm ich gar nicht rein. Gehen wir mal hier lang. Komm ich hier? Aha, nach oben. Aha. Wieso... Wieso brennt's denn hier? Ich... Das sieht nicht sehr... Das sieht nicht so aus, als würde es halten. Ich will mal nicht da lang gehen. Ich gehe mal direkt zur Tür. Ich habe Angst, dass wir da einstürzen. Alter, dieses Spiel. Ja, willkommen. Da geht's zum Popo-Club. Ja. Willkommen zur Let's Play Live. Schon alle neuen Zuschauerien. Freitag und Samstag 20 Uhr. Heute Ausnahme-Stream wegen Layers of 4. Und für die, die es verpassen werden, ihr könnt es alles auf YouTube nochmal nachverfolgen. Ich nehme gerade live im Live-Let's Play auf. Alter. Ich... Oh, Klappe zu. Okay. Baby sieht so ein bisschen aus, als würde... Haben wir denn... Es ist wirklich so, haben wir unsere Sorgen im Suff verloren? Haben wir unsere Sorgen wirklich im Suff ertränkt? Kann es sein? Kann es sein, dass wir unsere Sorgen in dem Suff ertränkt haben? Wir kamen damit nicht mehr klar, dass unser Kind verloren wurde? Und... wir Scheiße gebaut haben in unserer Frau und ich... Ich ahne Böses. Ich ahne sehr... Bö... Böses. Hier waren wir schon. Hier ist die Klappe... Hier ist die Tür offen. Ich... Was? Was war das? Mir ahnt Böses. Mir... Mir... Mir ahnt... Nee, waren wir doch noch nicht. Ich dachte, wir waren hier schon... Hallo, ich will gerne die Schublade öffnen. Ah, komm mal ein, was zu lesen. Warnsignale. Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der an häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Während sie typischerweise zwischen 15 und den 25. Lebensjahr diagnostiziert wird, ist es bekannt, dass diese Störung auch ältere Patienten betreffen kann. Merken sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv nur bei Schizophrenen auftreten können und sie darum niemals als endgültiger Beweis dafür, dass Auftreten dieser Krankheit angeführt werden sollte. Sollten, genau. Um diese Geschichte... Um diese... Gesichter... Nee, Geschichte. Doch, Geschichte. Äh... Diagnose zu... Nee, um diese Gesichterdiagnose zu erhalten, sollten sie unbedingt einen qualifizierten Spezialisten, zum Beispiel Psychologen, Psychiater, konsultieren. Ausdruckloser Blick, starren ins Leere. Ja. Wirkliches Zucken der Gesichtsmuskulatur. Ja. Schlaflosigkeit nicht bemerkt. Unübliche Gestik und Körperhaltung schon immer gehabt. Unfähigkeit, Freude bei Aktivitäten zu verspüren. Definitiv. Äh... Äh... Insulation... Insulation... Ich bekomme eine Freundschaftsanfrage von Kleiner Zwerg. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Werde ich annehmen, sobald der Stream beendet ist. Ähm... Was soll das überhaupt bedeuten? Äh... Ungeschickte... Schwerfällige Bewegung könnte vom Unfall kommen. Anfälligkeit für wütendes, ablehnendes Verhalten. Eher passiv, aggressiv. Antriebslosigkeit. Antriebslosigkeit, ja. Soziale Tendenzen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Sind wir schizophren vielleicht? Dass wir uns alles nur einbilden. Aber ich glaube eher nicht. Ich, äh... Nicht sehr, sehr brief. Mach mir gerade privat auch ein bisschen Gedanken. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wer mauert denn bitte eine Tür zu? Make up your mind. Entscheide dich. Aber wofür soll ich mich denn entscheiden? Ich bin sehr gespannt. Und ich würde sagen, wir machen hier für YouTube nochmal eine kleine Folgenpause. Bis demnächst.